Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More oder wie ich sie heute mal wieder nenne, Manu sitzt allein in seinem Zimmer und erzählt euch hier eine Geschichte. Nicht Spaß, ich habe einen kleinen Internetausfall, liegt wahrscheinlich an diesem verdammten Mistwetter, was wir jetzt momentan hier im Juni haben, aber deswegen habe ich mir gedacht, okay, nachdem es nächste Woche doch ein bisschen stressiger ist, nehme ich eine Folge einfach mal wieder alleine auf und habe mir gedacht, wieder so ein bisschen aus dem eigenen Leben hier ein bisschen zu quatschen bzw. ein Thema anzusprechen. Was zuletzt immer häufiger komischerweise so auch in meinem Umfeld ein bisschen Thema wurde, weil manche Leute damit Probleme haben, manche Leute es sich aber auch irgendwie gewünscht haben, dass wir auch hier mal ein bisschen drüber reden. Schade eigentlich, dass jetzt René nicht hier am Start ist, aber gut, ich versuche es jetzt einfach alleine ein bisschen rüber zu bringen, habe mir nicht wirklich Notizen gemacht, das heißt, ich werde hier wieder versuchen, ziemlich frei zu sprechen bzw. eigene Erfahrungen da möglicherweise mit reinzubringen, aber auch versuchen zumindest, was das World Wide Web, also was Google hier in dem Sinne zu dem Thema sagt oder was man dazu tun sollte, hier anzusprechen. Und zwar komme ich jetzt gleich zum Thema, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange diese Folge wird, ich versuche es zwischen 15 bis 25 Minuten zu halten, so wie ihr es halt gewohnt seid, kann es aber nicht versprechen, weil wie gesagt, wenn ich Folgen alleine mache, da bin ich meistens eher, ja, ziemlich spontan, werde oder versuche wenig vorzubereiten, natürlich auch damit es hier ein bisschen natürlicher rüberkommt, aber gut, ich würde sagen, wir starten mit dem Thema und zwar geht es um das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, psychische Gesundheit. Wir haben öfters schon über diese Themen hier gesprochen in diesem Podcast, natürlich auch, natürlich auch mit René, weil er da ein bisschen mehr, ja, diesen Hintergrund dazu hat, ein bisschen fachlicher mit drin ist, aber nachdem ich letzte Woche öfters mal unterwegs war und wir dann auch wieder auf das Thema Podcast gekommen sind, weil ich gefragt wurde, was ich mache, über was für Themen wir hier im Podcast sprechen, es ist ja nicht nur Krypto, wir sind ja ziemlich breit gefächert mittlerweile, ob es jetzt Politik ist, ob es irgendwelche persönlichen Themen sind, persönliche Hintergründe, aber auch natürlich dieses Thema Mental Health, was natürlich auch ich ein bisschen nachvollziehen kann mit meinem Burnout, was ich letztes Jahr hatte, was René mit nachvollziehen kann, was aber auch jeder andere da draußen nachvollziehen kann, der aber auch heutzutage mit Social Media auch ein bisschen zu tun hat und Social Media ist auch so ein großer Begriff, den wir hier in diesem Podcast jetzt schon sehr, sehr oft immer wieder benutzt haben beziehungsweise auch schon sehr, sehr oft drüber gesprochen haben, auch was so ein bisschen die Nachteile sein könnten und da greift halt auch dieses Thema Mental Health auch noch ein bisschen mit rein, weil eben auch Social Media ein bisschen auch für unsere mentale Gesundheit natürlich auch verantwortlich ist, aber nicht nur das, wir haben natürlich, über allem steht heutzutage Social Media und das ist natürlich klar, also dass uns das abhängig macht, jeder kennt seine Bildschirmzeit von zwischen sieben bis zehn Stunden, manche mehr, manche weniger, je nachdem wie viel Zeit man hat, aber man kriegt es natürlich auch, ihr wisst ja, dass ich mittlerweile komplett selbstständig bin und ich kriege es auch bei meinen Ex-Arbeitskollegen mit, die sich dann möglicherweise auch über jüngere Kollegen beschweren, die dann natürlich auch sagen, die sind den ganzen Tag nur am Handy und ja, das hat natürlich dann auch so ein bisschen damit zu tun, dass man ein bisschen in die Abhängigkeit gerät. Viele Jobs sind vielleicht ein bisschen lockerer, wo man dann auch die Zeit nimmt, aber man kann auch sich ein Leben ohne Handy und Social Media immer weniger vorstellen. Und da haben wir auch ja schon öfters drüber gesprochen, dass vor allem dieses Social Media Thema natürlich auch deine mentale Gesundheit beeinflusst. Solltest du so einen hohen Standard haben, das heißt einen hohen Standard an Watchtime von sieben bis zehn Stunden oder sowas, sollte man sich wirklich mal ein bisschen Gedanken machen und das kann natürlich auch so ein bisschen Auswirkungen auf dein Umfeld haben. Sorry für den Versprecher. Umso mehr man natürlich damit Zeit verbringt und das auch noch in Gegenwart von anderen Leuten, das ist so ein Punkt, den hasse ich sowieso komplett. Ich glaube, ich habe es vor ein paar Folgen einfach mal angesprochen, dass ich sowas, wenn man sich mit Leuten trifft, extrem unsympathisch finde, wenn man dann einfach die ganze Zeit nur am Handy chillt, die ganze Zeit nur am Handy isst, Bilder macht oder sonst was oder ja, ich muss das hier noch auf Instagram hochladen oder hier das und das noch. Es ist okay, wenn du mal kurz was auf Snapchat hochlässt. Das mache ich auch ab und zu mal, aber nicht ununterbrochen. Hat natürlich dann auch was so ein bisschen mit Abhängigkeit zu tun, aber was kann man natürlich auch gegen diese Abhängigkeit machen? Mental Health ist natürlich ein riesiger Begriff, muss man natürlich auch dazu sagen. Mental Health ist ja jetzt nicht nur Social Media, da sprechen natürlich auch Vergangenheiten. Was ist in deiner Vergangenheit passiert? Wurdest du möglicherweise psychisch belastet in der Kindheit oder auch von deinem Partner, Partnerin oder sowas? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was macht man dagegen oder wie kommt man persönlich aus seinem Loch wieder raus oder versucht hier in dem Sinne auch wieder was für sich selber zu tun? Das heißt, seine mentale Gesundheit auch mal wieder ein bisschen zu stärken. Und da habe ich einfach mal, ich habe mir einfach mal den Fun gemacht und auf Google das eingegeben, zum Beispiel was tun für mentale Gesundheit. Und wenn man da mal so ein bisschen so durchscrollt, kommt man immer wieder so auf die gleichen Themen. Die klingen relativ einfach, aber da gehört viel dazu. Und das ist so dieser Punkt, wo ich jetzt mittlerweile sage, ja, ist ja auch nicht mehr so schwer. Aber wenn man mal so überlegt, wo ich herkomme, auch so mit eben meiner Vorgeschichte und sowas, dann weiß man, dass das ein Brech, ein mega, mega schwerer Weg ist, da wieder reinzukommen beziehungsweise sich einen Rhythmus im Leben zu kriegen. Und das ist so der erste Punkt, Rhythmus im Leben oder generell Routinen. Darüber haben wir schon so oft gesprochen, aber man kann es einfach nicht oft genug wiederholen. Routinen im Leben sind das A und O oder sind beziehungsweise sehr, sehr wichtig. Du brauchst einen Rhythmus, du brauchst einen Plan von deinem Tag, so kann man sagen. Jetzt vielleicht nicht Samstag und Sonntag, du brauchst auch mal Ruhephasen, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht, dass du 24, 7 Uhr auf Action bist, deinen Tag durchtimest und sowas. Aber du solltest zumindest von Montag bis Freitag, wenn du von Montag bis Freitag arbeitest oder gearbeitet hast, solltest du dir auch versuchen, einen Rhythmus da reinzulegen. Das heißt, du stellst dir vielleicht trotzdem im Wecker, jetzt vielleicht nicht um 7 oder 6 Uhr morgens, aber um 8 Uhr morgens. Und dann versuchst du dir deinen Tag langsam aber sicher reinzutimen. Das heißt, ob du jetzt frühstückst, ich persönlich frühstücke nicht mehr, aber ich glaube, das habe ich schon mal an anderer Stelle erzählt, dass ich nur noch einmal am Tag esse. Tut übrigens gut, aber da können wir später nochmal drüber reden, wenn wir auf einen anderen Punkt nochmal rüberkommen. Ja, Routinen. 8 Uhr aufstehen, du machst dir Frühstück, was machst du danach? Bei mir ist es zum Beispiel, ich fange dann an mit Sport. 10, 20 Minuten einfach Sport durchziehen auf nüchternen Magen. Mache ich zumindest so, wenn ihr frühstückt und danach noch Sport macht, ist es auch Wurst. Aber du brauchst einen Rhythmus. Wenn ich das gemacht habe, dann mal 10, 15 Minuten einfach nochmal runterkommen. Kein Handy, das ist sowieso so ein Punkt, den ich früh überhaupt nicht mehr mag. Das habe ich aber auch schon 100.000 Mal erzählt. Kein Handy frühmorgens, wenn du aufstehst. Die ersten 10, 15 Minuten gehören dir und sollten auch für dich verbleiben. Und nicht gleich das erste, was du machst, hey, ich mache mein Internet an, beziehungsweise mache das Handy an, mache WLAN an oder Internet an und gucke dann erstmal, boah, was ist so in der Welt passiert. Ey, cool, neue Likes auf Tinder oder was weiß ich was. Sowas hat die ersten 10, 15 Minuten da überhaupt nicht zu suchen. Du solltest erstmal auf dein Leben klarkommen, auf dein Wachwerden. Dein Körper sollte sich erstmal, ja, reinversetzen. Mach am besten gleich den Rollo auf und sowas. Und dann leg dich einfach nochmal 10, 15 Minuten hin. Chill ein bisschen. Und dann bist du schon mal viel, viel fitter in den Tag hineingestartet. Das ist schon mal so erster Step, wie man seine Morgenroutine vielleicht gestaltet. Dann über den Tag, natürlich, wenn du arbeitest und sowas, gehst du sowieso deinen normalen Rhythmus nach. Aber wenn du nicht arbeitest, brauchst du Ideen, was du über den Tag machst. Wenn jetzt Lesen dein Hobby ist, dann kannst du das auch, ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag integrieren. Ihr seht es hier im Hintergrund, ja, hier im Hintergrund mittlerweile, mein ganzes Bücherregal. Das füllt sich auch immer mehr, weil ich auch wieder angefangen habe zu lesen, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche das einfach. Vor allem jetzt, wenn man draußen so absolut bescheidenes Wetter hat, wenn man das mal so ehrlicherweise sagen kann, dann braucht man auch natürlich irgendwelche Hobbys. Hobbys bei mir momentan lesen. Ich schreibe in meinem Buch wieder, das habe ich, habe ich schon verraten? Ich glaube, ich habe es schon verraten, damals mit René, dass ich wieder an meinem Buch arbeite. Du brauchst Hobbys in deinem Leben, aber als Hobby zähle ich jetzt nicht, ich gehe jeden Tag mir einen absaufen. Das ist nämlich auch so ein Punkt und da können wir jetzt vielleicht möglicherweise auch auf Thema Ernährung ein bisschen drauf einstellen. Gesunde Ernährung und dazu gehört auch Alkoholkonsum ist extrem wichtig. Also nicht, dass extrem viel Alkohol extrem wichtig ist, nee. Alkohol in Maßen und auch Ernährung sowieso das A und O. Ihr habt es vielleicht die letzten Monate, wer die TikTok-Videos seht, ich habe es auch, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich 15 bis 20 Kilo abgenommen habe die letzten sechs Monate und man fühlt sich auch einfach viel, viel befreiter. Das hat natürlich auch damit zu tun, man ernährt sich einfach viel, viel gesünder, man isst weniger und deswegen mache ich auch dieses Einmal am Tag Essen, ist für den Darm echt perfekt. Ich war auch seitdem nicht mal mehr krank, aber gut, das muss jeder für sich selber wissen, es kann auch sein, dass es körperlich bedingt ist und sowas, heißt das nicht, dass nur wenn ihr jetzt einmal am Tag esst, dass ihr dann nicht mehr krank werdet. Aber es macht schon sehr, sehr viel aus, wenn ihr euren Darm tragt, in Anführungszeichen, man sagt ja auch so, der Darm ist so das zweite Gehirn, wenn ihr diesen nicht überlastet. Und dazu zählt natürlich auch nicht von früh bis spät einfach nur zu futtern oder sich Süßigkeiten oder sonst was reinzuhauen, im Mahl ist das natürlich auch okay, aber es belastet euch natürlich körperlich und natürlich auch psychisch. Hat natürlich auch Zucker und sowas sowieso nicht das Geilste, erfordert natürlich dann oder strengt den Körper dann noch mehr an, natürlich auch den Darm, wie gesagt, zweites Gehirn, umso mehr Zucker ihr nehmt und sowas, ist jetzt auch nicht wirklich das Geilste und das hat dann natürlich auch wieder mit mentaler, psychischer Gesundheit natürlich auch zu tun. Fühlt ihr euch körperlich fit, seid ihr auch mental viel, viel fitter und könnt auch viel, viel mehr erreichen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Und ja, Alkoholkonsum, ihr wisst, ich habe letztes Jahr ein Jahr auf Alkohol verzichtet. Mittlerweile trinke ich wieder mehr, muss mich aber da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zügeln. Also ich gebe es auch ehrlicherweise zu, ich habe zuletzt ein bisschen mehr Alkohol getrunken, habe aber auch gemerkt, dass es mir nicht wirklich gut tut. Also ein Mal ist okay, aber ihr solltet es nicht als eure Hobbys zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt jeden Tag einsaufen. Macht überhaupt keinen Sinn und fördert euch körperlich und geistlich überhaupt nicht. Vor allem geistlich nicht. Es macht euch nur noch mehr kaputt, kann euch in Abhängigkeit führen oder Sonstiges. Es ist nicht wirklich gut im Mal mit Freunden, so ein, zwei Mal in der Woche. Ich habe einen Kumpel, der hat das zum Beispiel eigentlich echt geil gemacht. Wenn man sich daran hält, ist es so der andere Punkt. Grüße gehen raus an dich. Ich weiß genau, dass du den Podcast hörst. Ich finde die Idee echt eigentlich nice. Und zwar macht er es so, oder hat er es jetzt so gemacht, bei ihm auch zwecks Ernährung. Er hat gemeint, wenn er selber kocht, also frisch kocht, an diesem Tag darf er Alkohol trinken. Finde ich schon mal geil. Andere Lösung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, darf er aber auch insgesamt nur zweimal im Monat zu besonderen Ereignissen, das heißt Geburtstag oder Männertag, jetzt weiß die Person sowieso, wie er gemeint ist, darf diese Person Alkohol trinken. Und diese Idee finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Es ist so eine Art Belohnung, das heißt, du belohnst dich für irgendwas, was du gemacht hast. Jetzt nicht, oh cool, ich bin heute früh um 8 Uhr morgens aufgestanden, ich habe mir Frühstück gemacht und jetzt darf ich aber auch saufen heute Abend. Das ist nicht der Sinn davon. Der Sinn davon ist, dir Ziele im Kopf zu setzen, weil das machst du ja in dem Sinne auch. Das heißt jetzt beispielsweise, ich koche normalerweise nie selber, also ich schon, aber es gibt so Leute, die kochen sonst normalerweise nie selber und die belohnen sich dann damit. Und vielleicht erfahren die dadurch wieder, oh cool, es macht ja irgendwie Spaß, selber zu kochen und sowas. Natürlich ist es einfacher, bei Lieferanten zu bestellen, eine Dreiviertelstunde zu warten und dann kommt irgendwie eine scheiß labbrige Pizza oder sowas. Versteht jeder. Aber darum geht es nicht. Dieses Belohnungssystem, sich selber zu setzen, macht sehr, sehr viel aus. Ziele, da wären wir wieder beim Thema Ziele. Es ist viel, viel leichter, sich zu belohnen, wenn man Ziele hat und diese dann auch erreicht. Und deswegen finde ich diesen Punkt, den er macht, sehr, sehr geil, dass er ihn halt auch so umsetzt. Also natürlich muss man da auch ein bisschen mentale Stärke auch haben, das sich dann auch so wirklich umzusetzen. Oder sich auch den Mumen zu haben, es sich so umzusetzen und dann wirklich zu sagen, nee, ich trinke heute nichts, ich habe nicht selber gekocht. Oder ich habe dessen das Ziel nicht erreicht. Und da geht es jetzt nicht um Ziele, ich habe jetzt heute die Wohnung geputzt. Nee, es sollten wirklich anspruchsvolle Ziele sein, die du dir selber da draußen setzt, wo du weißt, boah, das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ich diese Ziele umsetze, dann kann ich mir auch mal was gönnen. Also es geht nicht darum, sich Alkohol oder auch mal Lieferanten oder sowas zu verbieten. Es geht darum, sich einfach Ziele zu setzen, wenn man diese erreicht, diese dann auch in Anführungszeichen zu feiern oder sich selber zu belohnen. Weil nur so bleibst du dran. Weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt beispielsweise zehn Wochen arbeitest und dir nicht selber mal was gönnst, weil irgendwann ist die Motivation weg. Du brauchst irgendeinen Motivationsfaktor, der dich im Leben weiterbringt. Ziele, um es wieder so ein bisschen rauszusprechen. Du brauchst Routine und Ziele, die dich weiterbringen, auf die du die nächsten Monate, Jahre drauf hinarbeitest. Ihr wisst, ich mache seit zwei Jahren das so, ich schreibe mir das natürlich auch in meine Apps, also auch in meine Notizen-Apps. Ich schreibe es mir aber auch handschriftlich drauf, was meine Ziele oder was will ich erreichen. Was will ich in diesem Jahr erreichen, was will ich möglicherweise in sechs Monaten erreichen. Und das macht sehr, sehr viel aus und da sollte jeder sich mal ein bisschen so drüber Gedanken machen. Was willst du eigentlich erreichen? Hast du Übergewicht oder hattest Übergewicht, so wie ich, dann willst du natürlich auch, dass du das wegkriegst. Wie kriegst du es weg? Nur mit gesunder Ernährung. Bis wann willst du es wegkriegen? Jetzt nicht ganz, ganz schnell, weil es ist ungesund. Dann lieber etwas länger. Aber du brauchst Ziele, die du erreichen willst und du musst dich körperlich wohlfühlen, damit du auch im Kopf wieder absolut up-to-date bist. Und das ist extrem wichtig. Was sagt unser Freund Google noch? Zeit mit Freundinnen, Freunden und Familie. Stimme ich auch extrem zu. Hast du einen intakten Freundeskreis oder einen gesunden Freundeskreis, um es mal so besser zu sagen, geht es dir psychisch auch viel, viel besser. Weil du weißt, du kannst dich auf die Leute verlassen, die Leute hören dir zu und die Leute sind immer für sich da. Ob du als Einzelgänger wirklich besser bist, wage ich zu bezweifeln. Weil jeder kommt mal in die Phase, wo du Freunde, Familie oder sonstige brauchst. Du brauchst einen intakten Freundeskreis auf Leute, die du dich auf jeden Fall verlassen kannst. Und wo du weißt, sie verstehen dich auch irgendwie in dem Sinne, was du möglicherweise für Probleme hast. Wie du damit umgehen kannst und dass sie auf jeden Fall für dich da sind. Es gibt diesen geilen Spruch, hängst du mit fünf Drogenabhängigen ab, wirst du der sechste Drogenabhängige. Hängst du mit fünf Millionären ab, wirst du der sechste Millionär. Klingt auf dem ersten, oder wenn man das das erste Mal hört, ich fand den Spruch damals auch richtig dumm. Aber wenn man mal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist es gar nicht so verkehrt. Wir können es auch ein bisschen kleinlauter machen. Hängst du mit fünf Alkoholikern ab, wirst du der sechste Alkoholiker. Ich glaube, das trifft dann eher zu. Wenn du einen Freundeskreis hast, der nur Alkohol trinkt. Ihr seht schon, ich habe mich ein bisschen auf dieses Alkoholthema heute versteift. Wenn du einen Freundeskreis hast, der wirklich nur Alkohol trinkt. Die treffen sich jeden Tag, hier mal einen Wein, da mal einen Wodka oder hier mal feiern. Dann wirst du selbst irgendwann die nächste Person, die so wird. Die Frage ist, willst du so eine Person werden? Das heißt nicht, dass du mal einmal die Woche nicht mit denen weggehen darfst. Darum geht es überhaupt nicht. Aber du solltest dir selber Grenzen setzen oder von vornherein sagen, hey, okay, ich hänge mit den Leuten ab, aber ich trinke nichts. Deswegen bin ich oft Fahrer oder öfters Fahrer, weil ich es einfach, ein Bier ist mal okay, aber ich will mich jetzt nicht jede Woche zuhacken. Deswegen bin ich lieber Fahrer und sowas. Sieht für manche vielleicht blöd aus. Stört mich aber nicht, weil ich muss mich wohlfühlen. Die anderen Leute müssen im Endeffekt nur mit mir klarkommen. Wenn er nicht mit mir klarkommt, Pech. So, weißt du? Ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich halt auch ein bisschen verinnerlichen sollte. Zeig mir deinen Freundeskreis und ich zeig dir, wer du bist. So in der Art. Ist auch so ein richtig dummer Spruch, aber, wenn man so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, macht das Ganze schon etwas mehr Sinn. Und da könnt ihr gerne mal ein bisschen drüber nachdenken, wie das bei euch ist, wie ist euer Freundeskreis. Findet ihr, ihr habt einen geregelten Freundeskreis, findet ihr, ihr habt keinen guten Freundeskreis, sagt ihr, boah, nee, es gibt nur so ein, zwei Leute, auf die ich mich verlassen kann, dann haltet euch vielleicht ein bisschen mehr an die. Haltet euch oder versucht euch, mit diesen Leuten ein bisschen mehr umzugehen, mit diesen Leuten, die ihr euch wohlfühlt. Wohlfühlen ist jetzt nicht unbedingt, die ertrage ich nur besoffen und besoffen ist es nix. Setzt euch beim Trinken klare Regeln. Hey, ich trinke heute nur eins, zwei und danach trinke ich halt eine Cola. Sieht bei mir auch scheiße aus, wenn alle noch am Saufen sind und ich trinke hier eine Cola oder ein Wasser oder so. Aber ist so. Wenn die Leute dich nicht so akzeptieren, wie du bist, dann willst du mit solchen Leuten auch nichts zu tun haben. Weil du brauchst Freunde in deinem Umfeld, die dich akzeptieren, die dich weiterbringen und auf die du dich verlassen kannst. Und das ist extrem, extrem wichtig. Deswegen finde ich diesen Punkt mit Freunde, Familie einen extrem wichtigen Punkt und sollte auch nicht vernachlässigt werden. Also Freunde zu vernachlässigen geht gar nicht. Sie versuchen immer zu helfen beziehungsweise versuchen dich auch aufzubauen und so sollte es auch sein. Und dann bist du auch, glaube ich, mental ein bisschen fitter, wenn du einen intakten und gesunden Freundeskreis hast. Klingt zwar hart, glaube ich, jetzt für manche, die jetzt vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, boah, wie ist denn mein Freundeskreis eigentlich so? Aber es ist verdammt nochmal notwendig, einen intakten und gesunden Freundeskreis zu haben, weil es funktioniert sonst nicht. Funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass ich so weit wäre, wie ich jetzt bin, wenn ich einen absolut beschissenen Freundeskreis hätte. Also wo alle jeden Tag nur am Saufen sind und sowas, die das nicht respektiert hätten, was ich gemacht habe und sowas. Also denkt da auf jeden Fall mal drüber nach. Ausreichend Schlaf. Stimme ich auch zu. Aber ich bezweifle, dass die... Also das ist so ein Punkt, der steht, glaube ich, hier auch nur an siebter Stelle. Versucht einfach acht Stunden zu schlafen. Acht Stunden Schlaf sollte jeder hinkriegen oder sollte jeder haben, damit du auch am nächsten Tag fit bist. Also wirklich acht Stunden. Das heißt auch, das habe ich auch schon oft genug hier im Podcast erwähnt, die letzten 15, 20 Minuten nicht mehr ans Handy vor dem Schlafen gehen, weil das macht einen sehr, sehr unruhigen Schlaf. Und mehr müsst ihr gar nicht machen. Acht Stunden Schlaf, dann bist du fit, ausgeruht, auch mal länger am Wochenende. Aber du solltest so, das ist wieder dieses Thema Rhythmus unter der Woche. Acht Stunden sollte normalerweise deinem Körper absolut ausreichend sein, um sich zu regenerieren, um wieder einigermaßen fit zu sein. Medienfreie Tage und aktive Entspannung. Steht da auch noch. Bin ich d'accord mit? Medienfreie Tage ist bei mir halt, spreche ich jetzt mal wieder aus meiner Sicht, ist bei mir relativ schwer, weil es halt im Endeffekt mein Job ist, medial irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Aber medienfreie Tage, man muss es ja nicht unbedingt auf Tage, man kann es ja auch auf Zeit machen. Deswegen habe ich gesagt, lesen, Buch schreiben, was ich momentan mache, spazieren gehen, was ich ja auch jeden Tag mache. Also es ist so Brunstwetter jetzt wieder draußen. Da natürlich nicht, da bin ich ehrlich, da habe ich keinen Bock dazu. Aber ist einfach wichtig. Auch aktive Entspannung. Klingt für manche, ich glaube, das habe ich noch nicht im Podcast erwähnt, aber ich wollte, glaube ich, mal René erzählen oder fragen, was er davon hält. Ich habe auch mal probiert mit so einer Meditations-App. Und ich habe mich darüber lustig gemacht, bis zum Geht-nicht-mehr. Früher. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders und man kommt da echt ein bisschen runter. Das sind allein nur Atemübungen. Es gibt so viele kostenlose Apps oder sowas. Wir nutzen das Handy von früh bis spät jeden Tag. Aber die Frage ist immer, nutzen wir es für uns persönlich. Und das bezweifle ich. Die wenigsten nutzen das Handy für ihre eigene mentale Gesundheit. Und da gehört auch so eine Meditations-App zum Beispiel dazu. Natürlich kann man es auch über einen Fernseher machen und sich irgendwelche YouTube-Videos angucken oder Yoga oder sonst was. Aber man muss halt auch dieses kleine Gerät hier, dieses Smartphone, muss man halt auch mal nicht nur damit verwenden, um sich auf Social Media geil zu machen oder sich besser zu machen, als man ist oder ein falsches Bild von sich abzugeben, wo dann sowieso, wenn man die Person dann näher kennenlernt, dann sowieso früher oder später rauskommt. Man muss auch mal versuchen, das für sich selber ein bisschen zu nutzen. Trotzdem bin ich immer noch analoger Fan. Das heißt, Bücher und sowas würde ich niemals über irgendeinen E-Book-Reader oder sowas. Die hole ich mir persönlich, weil ich es einfach mehr mag. Ich will es in der Hand haben und ich will weg von diesem Social-Media-Handy-Kram-Blaulicht-Shit. So. Ja, auf jeden Fall, medienfreie Tage und aktive Entspannung finde ich auch einen echt sehr, sehr wichtigen Punkt. Einfach mittlerweile, einfach um mal ein bisschen abzuschalten, sich auch mal ein bisschen Zeit für sich zu gönnen, weil ich glaube, das machen die wenigsten mittlerweile. So mal ein paar, auch wenn es nur mal ein paar Stunden sind. Ein paar Stunden einfach mal zu Hause zu sein, alles auszumachen, mal ein bisschen so drüber nachzudenken, vielleicht auch mal seine Ziele überarbeiten, vielleicht auch mal so, was will man erreichen, was ist so generell so der Plan vom Leben und wie will man weitermachen. Das ist extrem wichtig, aber in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr so gang und gäbe. Wenn man mal überlegt, vor 20 Jahren, ja, 20, 30 Jahren gab es noch keine Smartphones. Was haben unsere Eltern gemacht den ganzen Tag? So, heute unvorstellbar. Ich habe mein Handy, ich google was, ich schaue Filme oder sonst was, aber was haben unsere Eltern gemacht? Die waren draußen an der fucking frischen Luft, sind rausgegangen, haben irgendwas erlebt und sonst was. Und was machen wir? Ja, wir gehen halt saufen oder, ja, ich bin mal am Handy und gucke ein bisschen Serie. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Jeder soll machen, was er Bock hat, so. Aber es soll ja auch hier, wenn wir schon darüber reden, so mentale Gesundheit, es soll ja ein Anreiz sein für euch. Es soll jetzt hier niemanden schlecht reden oder sonst was oder wenn sich hier jemand angesprochen fühlt. Darum geht es hier gerade überhaupt nicht. Keiner soll sich hier angesprochen fühlen oder sonst was. Ihr sollt selber drüber nachdenken, ob ihr so mit eurem Leben, was ihr momentan so führt, oder wenn ihr euch jetzt in den Punkten, die ich gerade hier vorgelesen habe oder die ich euch erzähle, hier wiederfindet, dass ihr euch da vielleicht selber so einen kleinen Anhaltspunkt einfach so gebt. So ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil das, es ist manchmal nur eine Kleinigkeit, die viel bewirken kann. So ein ausschlaggebender Punkt, der euch dann in die richtige Richtung führen kann und sagen, hey, boah, ja, geil, nee, das habe ich jetzt gebraucht, diesen Denkanstoß und dafür soll halt auch dieser Podcast sein. Und deswegen haben halt auch ein paar Leute gefragt, hey, könnt ihr mal so über mentale Gesundheit machen? Und ich weiß, ich lese hier einfach nur Punkte aus Google vor, versuche hier aber so, ja, halt auch diese Punkte so mit reinzubringen. Was da drin auch noch drin steht, gute Work-Life-Balance. Natürlich, das will jeder heutzutage, jeder auf, wenn du mal TikTok-Videos anguckst, jeder 14-Jährige oder 18-Jährige, wenn du fragst, was du zu machen hast, oh, ich will eine gute Work-Life-Balance. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass du nur 20 Stunden die Woche arbeiten solltest. Work-Life-Balance hat einfach damit zu tun, wie regelst du dein Leben? Work-Life-Balance ist nicht, ich gehe zu meinem Arbeitgeber, hey, ich will nur noch 30 Stunden arbeiten. Ja, warum? Ja, ich brauche eine gute Work-Life-Balance. Das hat damit nichts zu tun. Das haben die früher, haben die das auch nicht. Ey, früher haben die 40, 45 Stunden geschafft. Mittlerweile kriegst du Jobs, die Vollzeit in Anführungszeichen sind, mit 35 Stunden und dann brauchst du immer noch eine bessere Work-Life-Balance. Wenn du dir ein Business aufbauen willst, okay, meine Güte, dann musst du natürlich Arbeitszeit reduzieren oder du solltest es zumindest versuchen zu reduzieren. Aber es bringt doch nichts, nur zu sagen, ich brauche eine gute Work-Life-Balance. Ja, und was machen sie in ihrer Freizeit? Ja, ich bin gerne am Smartphone und chill da und gucke ein bisschen Serien. Das hat nichts mit Work-Life-Balance zu tun. Du schadest dir damit nur noch viel, viel mehr, als dass du dir damit einen Gefallen tust. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, ich brauche 30 Stunden. Ja, warum denn, Frau XYZ? Ja, ich möchte gerne mehr Serien gucken. Das ist für meine Work-Life-Balance gut. Nee, das ist einfach, das ist absolut dumm. Normalerweise müsste da sofort ein Riegel runtergeschoben werden, wenn ich so eine Scheiße schon höre. Ja, das hat nichts mit Work-Life-Balance zu tun. Weil du hockst dann einfach 5 Stunden anstatt vor dem PC auf der Arbeit. Natürlich, du musst dann nicht auf die Arbeit gehen. Ja gut, aber was machst du dann? Ich verblöde mich mit irgendwelchen Trash-Scheiße oder sowas, die ich mir dann angucke und verblöde mich dann noch mehr warum ich in 10 Jahren eine Aufmerksamkeitsspanne von 5 Sekunden habe oder gar nichts mehr in meinem Leben gebacken kriege. Ja, was haben sie in den letzten 10 Jahren gemacht? Ja, ich habe 30 Stunden gearbeitet. Ja, warum? Ja, ich habe ein bisschen Serien angehuckt. Ja, cool, das bringt sich hier sehr viel weiter. Herzlichen Glückwunsch. Sorry, da kriegt man einfach noch zu viel mit und das nicht nur auf TikTok. Das hat jetzt nichts mit Social Media zu tun. Das ist das eigene größere Umfeld, sage ich mal, wo man das dann halt mitkriegt. Argumentiere gut, warum du eine gute Work-Life-Balance willst. Wenn das dein Ziel ist, du willst eine gute Work-Life-Balance, dann überleg dir auch, was du mit deiner vorhandenen oder frischen Zeit dann auch erledigen willst. Extrem wichtiger Punkt. Weiß zwar ein bisschen lauter von mir, aber ja, nee, muss sein. Und als letzter Punkt, gesunder Lebensstil. Hatten wir ja schon angesprochen. Ernährung. Stell die Ernährung um, ernähre dich gesünder. Nicht Fastfood. Ist wirklich nicht gut. Aber auch Sport. Das Sportthema habe ich ja auch schon hunderttausend Mal gesagt. Ihr müsst nicht euch im FITI anmelden und jeden Tag zwei Stunden ins FITI gehen und euren Arsch fotografieren oder eure Sixpack fotografieren und dann euch die Aufmerksamkeit auf Social Media holen. Bringt euch nicht weiter. Also, keine Ahnung, ob es euch weiterbringt. Ich verstehe den Sinn einfach nicht davon, wenn man sich im FITI dann hinstellt, zehn Minuten vor einem Spiegel und seinen Arsch fotografiert oder sonst irgendwas oder den filmt. Was hat man von diesen zehn Minuten? Nix. Irgendwelche Leute, die es auf Instagram, oh, geiler Arsch und was weiß ich was. Oder geiler Body. Ich will jetzt hier kein Bodyshaming machen oder sonst was. Ihr wisst, was ich meine. Jeder kennt solche Personen. Jeder kennt solche Personen. So, damit fertig aus und sowas. Es geht einfach nur darum, dass ihr zumindest ein bisschen Sport macht. Es befreit wirklich sehr. Ob ihr jetzt, so wie ich angefangen habt, nur zwei Stunden, ne, eine Stunde laufen geht, sorry, also wirklich spazieren geht und dann euch langsam rantastet, ihr müsstet sich von heute auf morgen zum Bodybuilder werden. Oder von heute auf morgen, ich gehe jetzt jeden Tag zehn Stunden ins FITI. Ne, ne, das ist nicht der Sinn, das ist nicht den Plan, den ich euch jetzt hier vermitteln will. Einfach nur, es geht hier einfach nur, damit ihr euch selber gesund fühlt beziehungsweise euch selber ja, eine Freude macht und euch selber ein bisschen wohler fühlt. Darum geht es einfach. Ja, ansonsten, mehr fällt mir ehrlich gesagt da auch nicht wirklich ein. Wie gesagt, für mich persönlich, um es mal wirklich zu sagen, es gibt nicht diesen einen wichtigen Punkt. Ich finde, alle Punkte, die wir jetzt gerade so ein bisschen ja, durchgegangen sind, sind extrem wichtig. Um es mal so zu sagen. Also jeder einzelne Punkt für sich finde ich wichtig. diese da noch zu verknüpfen beziehungsweise ja, von jedem Punkt etwas zu haben. Ich glaube, das macht dich dann aus. Man ist nicht perfekt. Du wirst nie zu 100% perfekt und es sollte auch nicht der Ansporn sein. So, ich bin auch nicht 100% zufrieden mit dem, was ich mache, mit Sport etc. pp. Aber darum geht es nicht. Wichtig ist es, erst mal anzufangen. Langsam aufzubauen. Du wirst dich von heute auf morgen ja, wie sage ich das jetzt am besten? Du wirst dich von heute auf morgen perfekt. Das Ziel sollte aber auch nicht Perfektionismus sein. Das Ziel sollte sein, sich selber wohlzufühlen. Und das kriegst du hin mit einer guten Routine, mit einer gesunden Ernährung, mit einem perfekten Umfeld, mit einer guten, in Anführungszeichen, Work-Life-Balance, die du dir aber selber auferlegst und dir nicht mit deiner vorhandenen neuen Freizeit nur Scheiße baust oder mehr Alkohol trinkst oder sowas. Das soll nicht der Sinn sein. Diese Stunden, die du dir freischaufelst, sollten für dich sein. Für dich genutzt werden, dich weiterzubringen oder sie mit deinem Umfeld zu verbringen, mit deinem gesunden Umfeld. Und damit würde ich sagen, ist die Folge doch ein bisschen länger geworden, 28 Minuten, knapp 29 Minuten, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber gut. Manchmal komme ich so ein bisschen in meinen Sprechflow. Aber gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge wieder. Da dann hoffentlich, ich glaube sogar, ich bin mit Benji zur Aufnahme noch verabredet. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen. Gerne mal euer Feedback unten in den Kommentaren zu lesen. Lasst auf jeden Fall überall ein Like da dieser Spotify. Natürlich auch trotzdem bei René auf YouTube, bei mir auf YouTube gerne ein Like da lassen und ein Abo. Würden wir uns riesig drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.